moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und ja heute geht es weiter mit der 5m reihe und zwar wie wir die npcs komplett ausstellen können ich packe euch den link natürlich wie immer unten in die video beschreibung ja wir entpacken das ganze einmal und dann haben wir hier den ordner den ziehen wir uns in den resource ordner das habe ich schon gemacht somit mache ich das jetzt nicht noch mal und wir gehen noch mal in server cfg die einfach öffnen und schreiben halt start npc halt rein hier einfach kopieren und dann start um die ressource zu starten so speichern das ganze und dann können auch schon den server starten so dass noch einmal kurz neu starten noch mal das ganze jetzt aber so so und wenn wir jetzt sehen haben wir gar keine NPCs und leere Stadt halt wenn wir jetzt noch die wenn wir es noch ein wenig anpassen wollen können wir das ganze im Ordner noch tun das zeige ich noch mal jetzt gleich und zwar unter main können wir hier halt 0,1 setzen so dann haben wir ein paar NPCs und hier ist auch alles noch mal beschrieben könnt ihr ein wenig rum hantieren oder es einfach so lassen für keine NPCs ja gut so das war es auch schon wieder wenn euch das video soweit gefallen haben sollte dann lasst doch wie immer einen daumen nach oben da kommentieren abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder haut rein und ciao ein